Hamburg 1 und Hamburg.de präsentieren die Hamburg-Tipps im Frühcafé. Ja, da machen wir heute mal eine kulinarische Reise in die HafenCity. Es geht, um genau zu sein, ins Foodlab zu finden, ja an der Adresse Übersee Allee 10. Und ja, kulinarisch geht es tatsächlich noch ein bisschen weiter weg. Und zwar bis nach Peru und Mexiko. Es gibt nämlich im Foodlab, Sie kennen das Ganze ja als Coworking Space Küche und Restaurant, wieder ein Pop-Up-Restaurant im November und Dezember. Und zwar gibt es da peruanische und mexikanische Küche. Was fällt uns dazu ein? Natürlich Ceviche, das peruanische Nationalgericht. Wir haben da mal ein paar Fotos vorbereitet. Ceviche Bar nennt sich das Pop-Up-Restaurant, hat zum Beispiel heute Abend geöffnet, immer von Donnerstag bis Montag. Die Öffnungszeiten gibt es dann natürlich auch noch einmal auf der Seite foodlab.hamburg. Das besondere peruanische und mexikanische Küche als Fusion-Kitchen-Crossover-Style sozusagen. Ceviche natürlich darf nicht fehlen. Es gibt natürlich aber auch leckere Tacos, Quesadillas oder zum Beispiel auch Nachos. Viel Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch mit dabei, aber auch ganz viel vegetarisch und vegan. Leckere Cocktails und das Ganze natürlich in atemberaubender und toller Atmosphäre. Direkt in der HafenCity, direkt am Wasserübersee Allee 10. Ceviche Bar, schauen Sie da einmal vorbei. Ab 17.30 Uhr, nee, 17 Uhr sogar. Heute Abend geöffnet, 17 bis 23 Uhr. Immer von Donnerstag bis Montag unbedingt einen Tisch reservieren. Das Ganze ist möglich unter foodlab.hamburg. Viel Spaß und guten Appetit an dieser Stelle. Und weitere Termintipps, die gibt es natürlich auch immer bei den Kollegen von hamburg.de, hamburg.de slash heute.